Ja, also willkommen zu meinem 100 Abonnenten Special. Und zwar, mein Special geht so. Es gibt drei Gewinner. Der erste Gewinn ist ein. Minecraft K. Also für Minecraft Premium. Alles was ihr dafür tun müsst, um ihn zu gewinnen, ist unten in den Kommentar zu schreiben, warum ihr den haben wollt. Also ihr schreibt hin, zum Beispiel jetzt oben in der ersten Zeile, ich möchte Minecraft K. Und dann schreibt ihr da unter, weil, oder in der Text. Ja, das ist das erste. Der zweite Gewinn wird sein 2500 Gold in World of Tanks. Und alles was ihr dafür tun müsst, ist dasselbe wie eben, nur halt anders. Ja. Und das dritte ist ein Ace of Spades. Okay, also Steam. Dafür braucht ihr Steam. Alles was ihr dafür tun müsst, ist dasselbe wie davor. Also, das Special ist so aufgebaut. Die Gewinner habt ihr ja bereits gehört. Und das einzige, was ihr jetzt tun müsst, ist vier Wochen abzuwarten. Oder ich habe meine 200 Abonnenten vor den vier Wochen. Also, das Special geht entweder von, bis zu meinen 200 Abos, oder bis ich, also bis vier Wochen vorbei sind. Also, es liegt an euch, entweder bis ihr 200 Abos habt, also bis ich 200 Abos hab, oder vier Wochen warten. Und derzeit lese ich mir natürlich täglich die Kommentare durch und entscheide, am Ende, per Zufalls-Dings, also ich drücke mir die Namen aus, schneide sie aus, packe sie in der Box, mische sie durch und nehme sie raus. Also, das mache ich für alle drei Gewinner. So, dass es hundertprozentig Zufall ist. Also, ich hoffe, dass das was... Also, dass das... Man, ich kann jeden Fall... Und das war ein Special. So, also ich hoffe, dass das ein für euch gutes Special ist. Und drüber hinaus würde ich gern wöchentlich eine Schlacht in World of Tanks, äh, World of Tanks nicht, in Tanki Online machen. Mit meinen Fans. Ihr müsst nur... Also, ihr plant am besten. Sollte nach 18 Uhr sein. Ja, und das war's erstmal. Ja. Das war's. Ich hoffe, euch gefällt es. Dieses Spe... 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 God... Special. So.